Hey, ho Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Demo's Journey. Ja, wir sind immer noch bei Water, Water Everywhere. Vielleicht schaffe ich es diesmal ja auch mal, ein bisschen was mehr zu preisen. Irgendwie nicht, ne? Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wie ich auf den Drauf springen soll, auf die Katzenfische da. Na gut, das waren ja eigentlich nur die Münze. Ich krieg's nicht hin. Schade. Naja. Oh, fuck. Natürlich. Also, ich merke mir, hochdrücken bringt was, ne? Ja, aber jetzt kommt nix mehr vorbei. Mensch. Oh, dumm. Das war einfach mega dumm und das auch. Naja. Oh Mann, ich wollte irgendwie noch drüber springen. Also, zur Münze. Jawoll. Jetzt will man endlich mal die Münze wenigstens. So. Ja, und was mach ich jetzt? Tja. Ups. Ich wollte nicht, äh... Äh... Ja, nicht vorspuren. Jetzt hab ich mir praktisch Zeit weggenommen. Und mein Leben. Mensch. Ja, gut. Ja, dann versuch ich's halt nochmal. Ja, wenn ich klein bin, komm ich da nicht dran. Ach, verdammt. Naja. Probieren wir's einfach weiter. Irgendwann wird schon was rauskommen. Ich bin ja eigentlich draufgesprungen, ne? Hm. Irgendwie wollte ich's nicht. Höh, jetzt ist eine weg. Und die eine springt... Jetzt hab ich sie aus dem Takt gebracht. Mensch. Die armen Katzenfische. Man kann denen nicht auf den Kopf springen, wenn man klein ist. Das gibt's ja nicht. Dann halt nicht. Bin eh gleich wieder weg. Also futsch. Ich dachte, ich triff den Koopa. Goddammit. Nix geht. Äh. Ich glaub, mit dem Safe-Zeed war ich da besser beraten. Ich wollte an ihm vorbeispringen. Ja, okay. Das funktioniert so nicht. Moment. Ich schau hier nochmal vorbei. Wie's hier läuft. Oh, sogar drei in einem Ding. Und den hab ich auch noch kaputt gemacht. Geil. Aber ich will trotzdem noch die Münze haben. Wie war das vorhin? Man muss nur rennen und Anlauf nehmen. Dann kriegt man die. Nee. Irgendwie nicht so ganz. Naja. Wenn ich die erste schon nicht bekomme, dann muss ich mir eigentlich auch keine Mühe für die... Die dreht einfach um, die Sau. Ähm. Wenn ich die erste schon nicht kriege, dann brauche ich mir eigentlich auch keine Mühe machen, die zweite zu bekommen, oder? Ja. Ja. Wie gesagt. So, ich lass jetzt einfach meinen Tod springen. So. Stirb. Du auch. Alles so stark. Ähm. Brenne! Brenne! Ja, okay. Haha! Und die Quilby-Münze. Endlich mal eine, wenigstens, ne? Ja. Jetzt hab ich auch wieder ein bisschen getanzt mit dem Fisch, ne? So, diesmal, weiß ich, die macht Flammen. Ja. Jetzt hat mich der Stachel ein bisschen in Stress gebracht. Oder in Hektik. Aber egal, wir sind so weit wie noch nie! Warte, ich lass dich jetzt einfach mal ins Wasser fallen. Das wär, glaub ich, ganz cool. Guck mal her jetzt! Oh, schade, funktioniert gar nicht. Oh Gott. Ich hatte echt Angst. So, zweite Quilby-Münze und ein Leben sogar. Cool. Mega gut. So, jetzt muss ich sie nur noch durchschaffen, irgendwie. Und ich wollte grad sagen, nicht zu weit nach rechts gehen, weil, ja, die Yoshis hungrig sind. Nach wie vor. Vielleicht wollen die einfach auch einen Burger von Quilby's haben. Da war sogar noch eine Münze auf dem Schirm gerade. Ich möchte dieses Level einfach ungern ohne Power-Up beginnen. Dann bin ich nämlich erst recht schon wieder futsch. Och, geil. Ich hab grad gedacht, ich sterbe schon wieder. Hoho. So. Springe deinen Tod, bitte. Danke. So. Dann haben wir hier ja sowieso wieder die Blume. Das ist gut. Oh Gott. Oh, verdammt. Da kam eine Münze raus. Cool. Ich wollte eigentlich nur nach links springen, um irgendwie noch die Münze zu bekommen. Die Quilby-Münze. Aber, hm. Scheint, als wäre das nicht möglich. Na gut. Wir schauen einfach weiter. Mit nur einer Blume jetzt, aber egal. Die Quilby-Münze nehme ich noch. Haha. Draufgesprungen. Ist tot. Ja, jetzt kommt der Stachy wieder. Und die Katze. Aber. Hoho. Endlich mal allem ausgewichen, was ging. Geil. So. Du kannst jetzt auch mal abhauen hier. Oh Gott. Oh Gott. Ich denke die ganze Zeit. Er trifft mich. Okay. Zweite Grillby-Münze. Grillby-Münze vor allem. Grillby. Ja, ich gehe zum Grillby und esse einen Burger. Burger. Haha. Ah, cool. Habe ich auch weggekriegt. Da hoch komme ich garantiert nicht. Egal, wie soll ich mich anstrengen. Oh Gott. Ich dachte schon wieder. Ich habe mich schon wieder tot gesehen gerade. Oder zumindest ohne Power-Up. Aha. Da ist ja das Le... Das äh... Ich lasse die Tür jetzt einfach Tür sein. Gehe einfach ins Ziel, würde ich sagen. Hä? Wieso komme ich hier nicht runter? Und hier zur Seite geht auch nicht. So, hier rein dann aber, oder? Hier ist jetzt das Ziel. Oh. Ah. Ah. Oh fuck. Ich habe vergessen, dass man hier trotzdem... Shit. Verdammt. Ich habe vergessen, dass man da trotzdem... Ähm... Dass man da trotzdem... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Moment. Ich habe wahrscheinlich den Yoshi einfach nicht gesehen. Den kleinen Yoshi. Aber es gab keinen Mittelpunkt, ne? Oh, wie ärgerlich. Und böse. Ich habe jetzt einfach Münzen. Super. Nur sechs Stück, dann habe ich eh wieder ein Leben auch. Nur dann habe ich wieder ein Leben. Aha. Ja. Na, verdammt. Naja. Aha. Und noch eine Blume. Die hätte ich mir jetzt aufheben können, aber ist egal. So. Ja, Leben. Sehr gut. Moment. Jetzt doch mal lieber ein Safe State gesetzt hier, weil das wird mir alles zu bunt gerade. Wir bewegen wieder unsere Haare. So schön. So. Ich hoffe, diesmal komme ich hier mal durch. Na, geil. Natürlich nicht. Nein, ich bin dran vorbeigeschwommen. Das ist nicht passiert. Das wird nicht in die Aufnahme kommen. Genauso wenig wie das wahrscheinlich. Und das wahrscheinlich auch nicht. Ich probiere jetzt trotzdem mal noch so weit wie möglich zu kommen, aber... Boah, das geht ja sogar. Krass. Komm her. Ups. Hihi. Ich springe dir auf den Kopf rum. Ha. Ja, so schlimm ist es dann doch nicht. Vielleicht lasse ich es doch drin. Ähm. Ich benutze keine Movie Magic hier. Wobei, das könnte schon wieder tödlich enden hier alles. Vor allem mit den Yoshis. Ja. Sag ich doch. Vielleicht lasse ich es doch drin. Ich will ja nicht schummeln oder so. Ja. Aber die zwei Blumen möchte ich trotzdem behalten. Fuck. Natürlich. Diesmal lasse ich den Panzer auch einfach Panzer sein. Jawohl. Ich weiß es ja gar nicht, wenn man wirklich die Taste gedrückt hält. Die Oben-Taste. Ich habe es gewusst. Ich habe es gemerkt. In dem Moment, als ich gelenkt habe. Oh Gott. Das war Glück und das war scheiße. Das war dumm. Und Pech. Aber es war hauptsächlich dumm und kein Pech. Hey, hey, hey. Ich schaffe das noch irgendwann heute. Oder auch nicht. Ne? Man weiß es nicht. Ah, das kann ich auch machen. Schwimm doch! Och, Demo. Fuck, man kann ja gar nicht auf die drauf springen. Ach, verdammt bin ich dumm. Ich will doch nur dieses Level schaffen. Ach so nicht. Jetzt habe ich mir gemerkt, dass ich da das kaputt machen kann. Den Panzer kaputt machen kann. Aber, naja. Bestimmt, die kann ich auch kaputt machen, alle. Ach, verdammt. Ich vergesse ich das dauernd. Oh Gott, ich habe mich schon wieder klein gesehen zumindest. Nicht hohen, aber klein. Oh, ich will das jetzt endlich mal schaffen. So nicht. Man muss halt einfach den Leck mit... Ah, den Leck mit beachten. Ach, fuck. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich mache jetzt einfach... Ich mache jetzt einfach eine mega lange Folge, bis ich dieses Level geschafft habe. Ganz ehrlich. Ja, so macht man das. Springt da drüber. Ich habe vergessen, dass man den Panzer... Ne, was wollte ich denn vorhin sagen? Nein, ich weiß es nicht. Verdammt. Ja, geil. Das muss drinbleiben. Das war jetzt mal mega der Fail. Ich versuche jetzt einfach mal trotzdem noch weiterzukommen. Vielleicht dann halt ohne die Blume, aber... So. Heute nicht. Auch nicht. Ja. Doch. Vielleicht doch. Scheißdreck. Jetzt aber. Hier einfach nur ganz locker drunter. Hier drüber. Jawohl. Die Müsse einsammeln. Hier draufspringen. Hier ausweichen. Beiden vor allem. Und hoch genug springen, damit man nicht von einem Feuerball erwischt wird. So. So macht man das. Genau das wollte ich nämlich die ganze Zeit tun. Münze. Gut, wir haben eh nur... Ich habe eh nur drei gerade. Gut, beziehungsweise sechs. Trotzdem. Hallo? Katze? Katze wisch? Das war gut. Und diesmal will ich einfach nur durchs Level kommen. Egal in welcher Verfassung. Ja. Ja. So viel zum Thema. Oh. Das war gut. Gut. Schnell da rein. Nicht, dass ich wieder die Katze erwische. Die Katze erwische. So rum. Oh shit. Ich sag ja, ich hab's vergessen. Dass... Ja. Dass man sich ja noch bewegt, wenn man den Schalter drückt. Scheiße. Wie gesagt, ich mache jetzt weiter. Bis ich gewonnen hab. Irgendwann. Ja. So nicht. Es wird dann so eine Fail-Compilation. Warum springe ich hier überhaupt? Ich brauch den noch gar nicht. Es wird echt eine Fail-Compilation, diese Folge. Geil. Ja. Es wird eine Fail-Compilation. Garantiert. Ja. Vielleicht auch nicht. So. Tschack. Komm her. Okay. Oder spring ins Wasser. Ist auch in Ordnung. Jetzt will ich hier nur noch durchkommen. Ohne auch an Yoshi zu kommen vor allem. Weil die sind böse und hungrig. und böse. Genau wie die Fische. Das war Glück. Das war Pech. Das ist das Leben. Das ist der Tod. Ach, scheiße. Dreck. So. Ich darf jetzt wenigstens mal hier durchzukommen, ohne direkt immer an dem Yoshi zu sterben. Oder an einem Panzer. Ich sag gar nicht, das wird eine Fail-Compilation. 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 Das wird eine Fail-Compilation. Ich dachte, hier wird es auch reinschaffen wahrscheinlich. Ach Mann. Ist das... Warum bin ich gesprungen? Man weiß es nicht. Fail-Compilation. Das wird super. Wohohohohoho. Fail-Compilation. Fail-Compilation. Das wird super. Hihi. Okay. Jetzt einfach mal konzentrieren. Und... bei der Sache bleiben. Und... nicht zu hektisch sein. Und nicht zu gierig sein. Nicht wahr? Ist das nicht alles, was ich will? Nicht gierig sein? Ja. Ich lasse dich jetzt einfach auch mal sein. Ja. Oder ich laufe nicht rein. Ha, das hat sich gereimt. Ha, ha, ha. Wenigens habe ich noch Blumen. Das ist gut. Das ist ja auch immer wieder Respawn. Ja. Das ist gut. Das ist schlecht. Ich habe übrigens noch die Ganze getroffen. Ganzenfisch. So. Jetzt ist die Frage. Komme ich hier mal durch, ohne... total den Mist zu bauen? Jawohl. Ja. Nee. Shit. Ich sage jetzt auch einfach mal gar nichts mehr dazu. Auch hierzu nicht. Nein. Passiert halt einfach. Ne? Vielleicht ist ja auch das Ding... Ich kommentiere das auch gar nicht. Vielleicht läuft es dann besser. Auch das. Ich wollte ausweichen, ne? Naja. Passiert. Man soll ja auch Sachen einfach nicht bewerten, wenn sie passieren, ne? Tun wir das doch einfach mal. Einfach mal nicht bewerten, was passiert. Sich nicht freuen. Und sich nicht aufregen. Einfach gar nichts. Ich habe gewusst, dass ich da rein springe. Ja. Das war geplant. Das wisst ihr nur noch nicht. So. Ja. Vielleicht ist es auch einfach das Geheimnis zum Erfolg. Oder so ähnlich. Zumindest in diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Hey. Stimmt. Der Panzer ist jetzt weg. Und ich renne trotzdem noch in jeden Yoshi rein. Das war jetzt unglücklich. Wegen dem Passenfisch. Aber egal. Wir machen weiter. Oh. Fuck. Ja. Einfach weitermachen. Nicht kommentieren. Nicht aufregen. Gar nichts. Das wollte ich nicht. Ja. So viel zum Thema. Nicht kommentieren. Ja. Wenn es so weiter gehen würde. Wäre das mega gut. Ja. Immerhin. Komm wir tanzen. Chuck. Scheiße. Ja. Der tritt mir auf den Fuß. Das wollte ich nicht. Das ist ganz böse. Das wird ein Spaß, das alles zu schneiden. Naja. Ich wollte es. Quilby. Ja. Ich wollte mit der Katze tanzen. Guck die Katze, tanze allein. Tanze, tanze beim Bein. Nee. Auf einer Flosse. Weil es ist ja eine Katze. Also ein Katzenfisch meine ich. Na. Komm her. Komm her. Oh Gott. Ich dachte gerade. Ja. Komm halt her. Quilby. Ja. Ansonsten. Habe ich hier gerade gar nichts. Nix. Jede Wette sterbe ich jetzt eh gleich wieder am Yoshi. Ja. Haha. Ich kann wahr sagen. Wow. Wow. Hm. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Zu so einem Trauerspiel. Äh. 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 Oh. Nein. Äh. Oh nein. Spring doch. Demo. Hm. Sind halt wieder kleine. Mensch. Au. Egal. Einfach mal versuchen, das Beste draus zu machen. Ja. Zum Beispiel in den Fisch reinspringen. Mega gut. Das wird echt interessant zu schneiden. Ja. Weil man einfach so viel Mist baut. Ich wollte springen. Aber ist egal. Demo, dann mach halt nicht, was ich möchte. Also da einfach mit einem weiten Sprung drüber springen. Dann klappt das eigentlich auch. Oh. Fuck. Ja. Der Katzenfisch ist gerade irgendwie mit dem Chuck transformiert. Ich will doch nur weiterkommen. Hm. Oh fuck. Ich wollte noch nicht so hoch springen. Ich wollte nur schon mal hoch springen wegen dem. Fuck. Naja. Ist jetzt passiert. Kann man nicht mehr ändern. Jawoll. Das war gut. So. Komm her. Wow. Gut. Wenigstens, dass man überlebt. Ich dachte, ich springe gegen Yoshi rein. Oh Mann. Ja, was ich jetzt auch grandioserweise getan habe. So. Ich will doch nur das Ziel haben. Ich will nur endlich am Ziel ankommen. Oh, diese scheiß Fische. Ja, man sollte halt nicht zu früh springen, damit man sich nicht den Kopf anhaut, ne? Man soll halt überhaupt mal springen, wenn man dem Stach ausweichen will. So. Hätten wir das erledigt. Ja. Und das Leben von Demo auch. Okay, das wäre jetzt der letzte Versuch, glaube ich, für diese Fail-Folge. Ja. Grandios schon eingeleitet, dieser letzte Versuch. Ja. Ja. Wird immer besser. Boah. Ich dachte schon, ich renne rein in die Pflanzenarten ein. Und das Radieschen. Ich habe zwar immer noch keinen Power-Up, aber schauen wir mal. Wahrscheinlich werde ich jetzt eh wieder am Yoshi sterben. Weil die Strömung halt auch so böse ist. Ey, fuck. Okay, ich beende die Folge hier. Vielleicht kriege ich bei der nächsten Folge mal irgendwas hin. Also. Ich hoffe, diese Fail-Folge hat euch trotzdem gefallen und euch unterhalten vor allem. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Die hoffentlich nicht so eine Fail-Folge und Fail-Compilation wird wie diese. Bis dann. Eure Shadokie-Wolf. Eure Shadokie-Wolf. Eure Shadokie-Wolf. Eure Shadokie-Wolf. Eure Shadokie-Wolf. Eure Shadokie-Wolf. Eure Shadokie-Wolf.